Herzlich willkommen! Wir betrachten nun die Parametervariation bei der kleinen Lösungsformel, um bestimmte Lösungsfälle zu erreichen. Zur Erinnerung, die kleine Lösungsformel kommt bei der normierten Form x² plus bx plus q ist gleich 0 vor und diese wird ja gelöst mit x12 ist minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q und hat die Diskriminante p halbe zum Quadrat minus q beziehungsweise wenn wir das Quadrat auflösen, p Quadrat viertel minus q und es gibt keine reelle Lösung, wenn die Diskriminante kleiner als 0 ist, eine reelle Lösung, wenn die Diskriminante gleich 0 ist und zwei reelle Lösungen, wenn die Diskriminante größer als 0 ist und diese Diskriminante wird jetzt ganz ganz wichtig sein bei der Parametervariation. Folgendes Beispiel, bestimme den Wert p so, dass die quadratische Gleichung genau eine reelle Lösung hat. Das heißt, wann hat die quadratische normierte Form genau eine reelle Lösung, wenn die Diskriminante gleich 0 ist. Setzen wir das Ganze in die Diskriminante ein. Die Diskriminante ist ja p halbe zum Quadrat minus q unser q ist ja 4, also minus 4 wenn wir das Ganze dann die Klammer auflösen, haben wir p Quadrat viertel minus 4 um jetzt eine Lösung zu erhalten, müssen wir die Diskriminante, also p Quadrat viertel minus 4 gleich 0 setzen und dann lösen wir diese Gleichung auf. Plus 4 und mal 4, ganz normale Umformungsschritte und wir haben p Quadrat ist gleich 16, das ist ja die erste Sonderform beim Lösen der quadratischen Gleichungen und diese lösen wir mit der Plus Minus Wurzel und erhalten p 1 2 ist gleich plus minus 4. Wenn das p gleich entweder plus 4 ist oder minus 4, dann hat die jeweilige quadratische Gleichung genau eine reelle Lösung, also x Quadrat plus 4x plus 4 ist gleich 0 hat eine reelle Lösung und x Quadrat minus 4x plus 4 ist gleich 0 hat eine reelle Lösung. Na ja, warum gibt es zwei Möglichkeiten dazu? Wir haben ja hier p Quadrat, somit spielt es ja keine Rolle, ob man hier Plus oder Minus 4 einsetzt, da wir genau dann hier einfach dieses 4 zum Quadrat brauchen und deswegen gibt es auch zwei Lösungsmöglichkeiten, wobei beide Gleichungen genau eine reelle Lösung haben. Bei diesem Beispiel sollen wir den Parameter q so bestimmen, dass die quadratische Gleichung keine eine beziehungsweise zwei reelle Lösungen hat. Wir beginnen gleich wie beim vorderen Beispiel. Wir stellen einmal die Diskriminante auf. Die ist ja p halbe zum Quadrat minus q, 4 halbe zum Quadrat ist 2 zum Quadrat, ist gleich 4 minus q und bei solchen Beispielen starten wir immer mit dem Fall von einer reellen Lösung, weil da gilt ja der Zusammenhang, die Diskriminante ist gleich 0 und somit können wir uns diese Gleichung aufstellen. Das heißt, wann gibt es eine reelle Lösung, wenn 4 minus q gleich 0 ist, plus q und wir erhalten 4 ist gleich q, beziehungsweise q ist gleich 4. Dann haben wir eine reelle Lösung. Und jetzt müssen wir noch die beiden Fälle unterscheiden. q größer als 4 und q kleiner als 4, weil mit q ist gleich 4, wird die Diskriminante genau 0 und mit diesen beiden Fällen größer als diese Grenzzahl und kleiner als diese Grenzzahl haben wir dann noch die beiden Fälle, wo die Diskriminante größer als 0 wird, zwei reelle Lösungen und wo auch die Diskriminante kleiner als 0 wird, keine reelle Lösung. Blicken wir auf das Minus der Diskriminante, die ist ja definiert als 4 minus q. Wenn man sich jetzt unsicher ist, könnte man jetzt hergehen und zum Beispiel q ist gleich 5 einsetzen, dann haben wir jetzt für die Diskriminante d ist gleich 4 minus 5 ist gleich minus 1 und das ist kleiner als 0. Was passiert somit, wenn q größer als 4 ist? Je größer das q wird, umso kleiner die Diskriminante wegen dem Minus vor dem q. Das heißt für q größer als 4 gibt es keine reelle Lösung. Wenn das q kleiner als 4 wird, wird es zwei reelle Lösungen geben. Kurz zur Kontrolle, q ist gleich minus 5, dann ist ja die Diskriminante 4 minus, minus 5, minus und minus wird zu plus 5, somit ist die Diskriminante 9 und größer als 0. Das heißt man kann auch folgern, je kleiner das q wird, umso größer wird die Diskriminante wegen dem Minus davor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017